Hallo und willkommen. Sie können das erste Halbfinale des Asienpokals, Jordanien, Südkorea, diesen Dienstag, den 7. Februar 2024, um 16 Uhr live auf dem Kanal Sport Digital Fußball verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank.